Hallo Caleb, ich heiße Ryan. Du hast ein Problem mit deinen Bewohnern und dieser Problem ist nicht gut. Du brauchst einen Ort, an dem du kannst schlafen. Ich habe eine Antwort für du, aber wenn du das machst, natürlich. Letztes Monat, ich bewegte aus Fleischdorf nach Tschönder. Mein Zimmer ist im Fleischdorf auf der Universität, neben der Engineering-Gebäude. Es ist nicht laut, es hat zwei Betten, zwei Schreibtisch und zwei Mini-Kusschranken, aber es hat keine Küche. Du kannst dich bewegen, aber wenn nicht, wir Glück. Tschüss. Das war's. Das war's.